Also dann, äh, fahren wir mal weiter. Was? Ja, Intro machen wir vielleicht. Achso, auch. Voll vergessen. Drei, zwei, zwei, ja eins. Jo, meine Kartoffelfreunde. Und wir kommen. Wir kommen zurück zu Let's Battle Minecraft. Wie behindert. Ihr wisst das zu wissen. Wir sind gerade auf den Server gekommen. So ganz easy peasy. Und Alex einfach nur so. Ja, lass uns mal anfangen, ne? Ich so, ja, wann wollen wir unsere Leute nicht begrüßen? Ihr habt das voll verballert gerade, ey. Aber ich denke mal, wir brauchen keine Angst haben, weil unsere... Boah. Weil unsere Dingens relativ gut versteckt ist. Unsere neue Base. Ich höre Lava. Wo ist Lava? Hier bei mir. Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Also wir haben letztes Mal... Also hier irgendwo, ich höre sie halt. Ich würde halt echt aufpassen. Also wir haben ja letztes Mal angefangen zu... Nein, das ist keine Hexe diesmal. Nee. Machen wir eine Craftingbox. Die stelle ich da hin. Und dann mache ich mir noch eine Steinspitze. Aber ich wollte gerade sagen, wir können ja auch mit dem... Mit den Sachen, die wir haben hier... Mit dem gefarmten Stein können wir handeln. Mit Willi und Wombo. Boah, das ist ja auch immer ein anderes Projekt. Ich habe Redstone gefunden. Und da ist auch Lava. Wo? Wahrscheinlich. Was ist so? Pass auf, Alter. Nicht, dass die jetzt runterkommt oder so. Ja, ich guck hier. Also Redstone können wir... Gebrauchen? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall die Level. Ja, sollen wir dann da oben weitermachen? Ja, lass hochgehen. Gut. Also ich habe echt Angst, ne? Also wie viel Eisen hast du? Ich habe 40. Ich habe einen. Ich habe ja mehr... Warte, was habe ich denn? Kohle habe ich. Ja, und die ganzen Steine halt. Weil ich hier nur Steine geformt habe. Ja, ich habe auch ganz viel Steine. Aber komm mal mit zu mir. Komm mal runter hier. Warte. Digga, wo bist du? Hier. Ach okay, dann bin ich schon richtig gelaufen. Ja. Also hast du noch was zu essen? Außer dieses... Wir haben kein Essen mehr, ne? Wir müssen gleich mal wieder essen fahren. Also Pilze habe ich. Ich habe jetzt noch halbes. Okay, okay. Ich kann dir gerne verrottetes Fleisch anbieten. Beiseite, Schlampe. Ja, nimm die Waffe in die Hand. Ich kann dir gerne Fleisch anbieten. Dein Fleisch. Wir drehen schon wieder durch, Alex. Das ist doch gut. Es soll doch mehr Mimik in den Videos kommen. Ja. Okay, das war behindert. Oh, Redstone. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Das kannst du eh nicht mit Steinen abbauen, du Alum. Ja, ich will aber. Komm mit, lass hochgehen wieder ein Stück. Hier, hier. Deswegen, ich wette, wir sind so ganz nah an Diamanten, aber wir finden einfach keine. Das ist unglaublich. Wie kann man so viel Pech haben? Komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon, Diamanten. Diamanten. Ich habe den Redstone jetzt doch abgebaut wegen der Erfahrung, weinsch. Hm, okay. Also ich buddel mich mal hier rein, ne? So. Klatschen mir da eine Fackel hin. Oh, warum baue ich denn das mit der Dinger? Das ist echt. Oh, hier haben wir auch schon einen Weg gebuddelt. Also Bruder, wir müssen... Ich weiß nicht, es kann doch nicht so schwer sein... Diamanten zu finden? Ja, wie kann man denn so viel Pech haben in einem Computerspiel? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht verstehen. Ohne Witz. Ja, es ist halt echt ein bisschen komisch. Okay, meine Spitzhack ist kaputt. Hast du schon noch? Ja, ich soll ich dir ein Ding ins Basteln. Warte, warte, warte. Warte, hier, die Craftingbox. Hast du einen Stick? Äh, nee. Leider nicht. Jetzt schon. Okay. Ich finde Eisen und alles, aber ich finde keine Diamanten. Entschuldigung? Gesundheit. Hirnheit, Entschuldigung. So. Passt. Fuck it. Äh, nee. Nicht mit der Eisen, sondern mit der Stein. Ich finde nichts, was man brauchen kann. Wir sind jetzt hier überall, direkt bei der Lava. Weiß nicht, wollen wir hoch und essen holen? Ich hab kaum noch was. Können wir schon machen, ja. Ja, okay, komm mit. Ich hoffe halt ohne Scheiß, dass die uns in der letzten Folge nicht gefolgt sind, Alter. Aber gut, dann wären die schon lange bei uns eigentlich. Ah, hier ist auch einer. Craftingbox. Okay, die lass ich hier stehen. Ich hab hier den Waypoint gesetzt, das heißt, wir finden hier immer wieder her. Okay, gut. Ähm, ich glaub, ja, hier können wir hoch. Komm mit. Ja, ich bin da. Okay. Zombie. Was ist Zombie? Wo? Man hört welche. Ja, ich höre ihn. Oh! Was ist denn hoch? Oh, hier ist ein Slime irgendwo. Hörst du dieses? Ja, ich höre es. Ja, aber bringt uns jetzt gerade nicht viel. Lass uns mal hier hochbauen. Bin da. Oh, warte. Da müsste doch hier hinter sein. Ich höre den, der ist direkt hier. Komm ihm näher. Jetzt höre ich Zombies. Da oben ist ein Zombie, der kommt hier runter. Ja, du kannst dich ja um den kümmern. Jo, mach ich. So, hab ihn erledigt. Komm mal hier durch den Gang, bitte. Jo, bin auf dem Weg. Hab ihn. Oh, der ist groß. Töt ihn. Ja. Verpisst euch, ihr kleinen Viecher. Slime Balls. Pass bloß auf, dass du nicht stirbst. Die tun einem nicht weh. Und die Großen, die Kleinen sind dann egal. Hast du noch was zu essen? Ich habe jetzt nur noch wieder die Hälfte. Ich habe nur noch dreieinhalb Hungerspalten. Fuck. Das ist richtig. Gebt mir dein Fleisch. Ne, ich kann mal, ich probiere es jetzt einfach mal. Arschgewext sein, bleibst. Ne, wenn ich jetzt das verrottete Fleisch probiere, kann es ja sein, dass ich... Du verlierst... Oh, ich bin gar nicht vergiftet. Jetzt bin ich vergiftet. Ja, die Chance ist hoch, aber nicht 100%. Komm hier hoch. Ähm. Ach, wir sind schon wieder unter Wasser. Wir müssen... Lass mal in die andere Richtung laufen. Wenn ich wieder unter Wasser hochbauen, muss man hier lang gehen. Jo. Wir haben halt ohne System gegraben. Ne, die Hülle ist hier ja eh systemlos. Warte, hier ist Lava. Das ist ein Lavasee. Oh yeah, bitches. Ihr seid abgehauen. Nice. Komm mal runter. Guck mal, was hier ist. Achso, die ging mit den anderen. Achso. Da hinten ist eine riesengroße, große Fläche. Also ich glaube, dass wir hier was finden können. Elfhöhe Lavasee. Buddeln. Fang an zu buddeln. Wohin? Einfach irgendwo? Such, renn rum, such ein bisschen. Bau so hier in der Nähe, in der Nähe so die ersten Steine immer ab. Aber lauf nur auf dieser Fläche. Und pass auf, dass du nicht in die Lava fällst. Wenn du in die Lava fällst, dann töte ich dich. Dann haben wir nur noch zwei Leben, aber ist mir egal. Ich würde dich dafür töten. Vielleicht auch unter den Diamanten oder so. Äh, unter der Lava. Ich weiß es nicht. Oh, warte. Problem ist nur, wenn wir verhungern. Wir dürfen nicht verhungern. Ja, dann renn halt nicht. Ja, ich kriege ja trotzdem... Ich hoffe trotzdem essen. Ich verliere trotzdem was. Warum kann ich das nicht zubauen? Weil der Lava sie auch tiefer sein könnte. Meine Fresse, das kann doch nicht so schwer sein, eigentlich mal in seinem Leben Diamanten zu finden, ne? Ne, das sind glaube ich keine Diamanten. Was denn? Achso, was gelbes. Könnte Gold sein, aber ich bin mir da nie sicher bei den Texture Packs. Huch, vor allem ist es dunkel. Oh, hier ist Eisen. Hab ich gleich gesehen. Eisen, Eisen. Ich klicke wie so Beklopter und habe gar keinen Stein mehr in der Hand. Du meinst, keine Spitzhacke? Ne, ich baue mich hier gerade dahin. Achso. Oh ne, das ist jetzt blöd, wenn ich das mache. Warte, ist das Eisen oder sind das Diamanten? Ich glaube, das ist Eisen. Also hier ist eine richtig gute Stelle. Warte, ich mache hier auch mal den Waypoint Diamonds 2. So. Alter, oh ne Shit. Okay, das war blöd. Okay, ne, hier ist nur Eisen. Hm. Ich baue gleich mal den ganzen Shit von dem... von dem Lavasee ab. Also ich baue ihn bis unten hin dicht und dann baue ich das wieder ab, um zu gucken, ob da Unterdiamanten sind vielleicht. Gut, das war zu gut gemacht, Marcel. Oh, hier ist ein Zombie, der könnte mehr Essen geben. Hier Zombie-Fleisch habe ich genug. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Golderz. Also hier waren wir schon wieder. Also hier ist noch Eisen. Ich baue mal hier die Fläche wieder ab. Ja, das Eisen habe ich eben zugebaut. Mal gucken, was unter dem Lavasee war. Nicht mal wüsste, wo du bist. Da doch eben direkt neben dir, du Affe. Echt? Weil du das Eisen abgebaut hast, ja? Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Bauen wir hier die ganzen Steine ab. Wir wissen, was da drunter ist. Okay, hier war noch die... Hier war noch Lava drunter. Pass auf. Also irgendwo müssen doch Diamanten sein. Ich glaube das nicht. Bauen wir einfach random irgendwo ein paar Sachen ab. Irgendwo müssen Diamanten sein. Ich glaube, ich kaufe denen das nicht ab. Aber viel Pech können zwei Menschen nicht haben. Vor allem, weil der Rest halt einfach komplett enchanted ist. Also hier noch zumindest nach den Achievements zu urteilen. Ja. Das ist halt voll das Problem, wenn wir mit denen dann... Oh, da ist Schlabber. Okay. Das ist doch abfuck. Das ist doch beschiss. Die haben gecheatet. Ach, Mann. Ich verbaue hier gerade meine ganzen Steine. Einer dieser Steine. Auch unter der Lava ist nichts. Udi. Alles Udi. Hab alles im grünen Bereich. Hab alles im Griff. Alles im Griff, nigger. Don't say the N-word. Mann, ich find nur labbriges Gold. Ich bin nur deine Mutter. Aha. Meine Fresse, Diamanten, Diamanten, Diamanten. Mann, ich höre irgendwo ein Zombie. Das macht mich voll nervös. Zombies sind gut. Sind die überhaupt nicht. Ich habe hier immer noch Lava. Ne. Das gibt es doch nicht. Hier scheint das richtig tief zu sein. Die Lava. Versuche mich hier mal nach unten durchzubauen. Okay. Äh, Fackeln? Achter. Das ist doch dumm. So. Und jetzt ist es ein bisschen tiefer. Gefühl, dass hier was sein könnte. Also hier ist der See ein bisschen tiefer. Vielleicht ist da drunter irgendwas. Wenn nicht, dann steigen wir aus dem Projekt, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Na klar. Ich meine, das kann doch nicht normal sein, dass zwei normale Menschen so viel Pech haben können in einem Projekt. Ohne Scheiß. Das gibt's nicht. Ich würde vielleicht auch mal sagen, wir brauchen wieder was zu essen. Aber ich trau mich nicht alleine an die Oberfläche. Wenn ich allein nach oben bin, wenn die wirklich hier... Niek ich mal bitte mehr. Echt Paranoia wegen Domse und Janik. Ich versuche jetzt nochmal was zu essen. Na gut, den ist zwar vergiftet, aber egal. Im Endeffekt kriegst du mehr davon. Ja, ich esse mich jetzt aber nicht voll damit. Das kasselig. Also, ne, hier ist nichts. Das gibt's doch nicht. Und wir sind genau auf der Höhe. Also, weil's... Also, wir haben alles umgesetzt, was die Leute uns gesagt haben. Bestimmt kommt jetzt... Nein, ihr habt's nicht richtig umgesetzt. Ihr müsst bei Lover gucken, gell? Das war kein Lover. Ah, du, die rote Suppe. Hey, das geht's doch. Ich weine gar nicht. Ich will da nicht. Ja, Mann. Ja, was glaubst du ich? Weißt du weißt gar nicht, wie aufwendig das ist, diese Scheißgrube hier zuzubasteln. Ja, ich buddel mich hier überall rein. So, jetzt hab ich mir einmal durchgebuddelt. Einmal ums Eck. Gut. Kommen wir mal hier weiter. So, jetzt kommen wir da, da und da. Jetzt müsst ihr das da runterlaufen. Das ist einfach abartig. Aber das ist pervers, ist das. Ist ja nicht normal. Nicht ganz dicht, bist du. Das kann doch nicht angegangen hier. Jetzt zeig doch einmal ein bisschen dir aus. Hallo. Was zur Hölle war das? Das, meine lieben Kinder, war Schwäbisch. Toll, schon wieder eine Steinspitzhage kaputt. Gut gemacht. Also, sup gemacht. Ja, ich bin... So. Mein Ohr hat gerade gejuckt. Oh, ich kratze es. Oh, touch my tralala. Oh, mein Ding, ding, dong. Hörst du mich? Der Dom ist dann schon wieder seine... Liegt schon wieder raus, oder was? Ja, seine Legs mal wieder. Ah, er ist schon wieder rausgeflogen. Haha. Aber diesmal haben sie es früher erkannt. Ja, ich weiß gar nicht, bei welcher Minute wir jetzt schon sind. Keine Ahnung. Ähm, 17 Minuten. Ich wollte gerade sagen, die Folge müsste gleich verzählen. Jo, ein bisschen brüdi. Ich spring hier und versuche, mich hier mal durchzukämpfen. Da bist du ja... Pass auf. Wenn du jetzt runtergesprungen wärst, ne? Nö, ich stelle mich hier so rein. Gut. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hungersnot und dicke Penisse. Und Dia-Suche. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020